whatever hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Road to Division 1 ich muss jetzt als allererstes mal wieder die die nicht Grundsteuerung da wollte ich nicht hin, geh weg ähm, Spieleinstellungen Audio Kommentator aus so jetzt sind wir ungestört unter uns mit dem Spiel ähm AC Mailand gegen Liverpool 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 sehr stark mit Suarez Sterling oh, da ist Suarez oh, lass mich aufpassen, komm Nonstant macht das gut schlechter Pass Kaka El Charavi El Charavi El Charavi oh, schlechter Schuss der hätte schon mal hochspielen können auf Tarab das wäre vielleicht besser gewesen und er wechselt direkt Flanggan gegen Sissoko na gut El Charavi Tor dann macht das jetzt dann macht das jetzt das Tor vorbereitet von Balotelli da hat Balotelli den Torriecher gerochen ja gut, das müssen wir jetzt nicht nochmal ansehen das ist jetzt nix berauschendes gewesen aber gut abgeschlossen von El Charavi so Suarez Abbiati Abbiati Honda Montolivo Tarab Montolivo Balotelli jetzt KK KK das hätte ich reinmachen müssen den Schuss Tarab verliert jetzt den Ball Jirah auf Suarez Suarez ist ein guter Spieler kann sich da behaupten gegen Rami Boah guter Pass Jirah auf Storage Ah wow 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 da hatten wir gerade Glück dass Henderson da jetzt nicht reingerutscht ist sonst wäre der drinnen gewesen Boah nein 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 Sterling Mensch jetzt hab ich aber hier das Glück kiloweise gefüttert El Charavi KK Balotelli Montolivo setzt sich da gut durch stark boah schlechter Schuss beziehungsweise gute Parade von ähm M-Mil M-Mil Lule Irgendwie sowas Boah ey Charavi was macht der denn Konstant gut macht er was KK Montolivo auf Tarab den kriegt er nicht Schade Montolivo ist zurück so macht er das mit Honda ah das war jetzt FIFA Engine Bug Johnson jetzt Glenn Johnson sucht er wieder Tarab oh ne Henderson hat er besucht jetzt uh Henderson erwarte mach das sicher zurück auf Maxis erwarte Honda oh 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 Suarez oh Anderson nein ich bin so ein Trottel das gibt es nicht was mach ich denn da ja gut guck dir das halt nochmal an ja gut da greift äh Abiatins Leere da kann er nichts machen das war ganz klar mein Fehler Tarab schön und Olivo und Olivo Tarab oh Freistoß aber für den vielleicht ja Freistoß für ihn wird da der Vorteil abgepfiffen oder da spielt er wieder gefährlich Abate steht da gut im Weg Sterling jetzt Coutinho da gehe ich unglücklich auf Seite jetzt Asharavi Honda Asharavi wann gibt der mir Honda obwohl ich gern Tarab hätte ja Johnson ist gar nicht so einfach hier sich zu konzentrieren Maxes macht das gut was war das denn für ein Pass das erklär mir mal bitte so ich hoffe von der Lodge ist das alles so in Ordnung auf meine Stimme und alles ich hab das jetzt ohne Test einfach mal direkt losgelegt oh 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 Sterling Abiati macht das gut Montelivo Honda Balotelli Tarab Balotelli Tarab ah schlechter Pass Balotelli Mignolay macht da wieder gefährliche Aktion spielt echt ziemlich gefährlich da hinten rum mit Torwart Abate ich bin zurück zu Maxes Tarab Abate 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 kommt da ein Strand Montelivo jetzt Montelivo auf Balotelli Balotelli beziehungsweise Montelivo hat die Flanke reingebracht Honda jetzt Rami Kaka 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 Nein Niemand Max Max S Ach Nein Aber Abate Abate Arbate Rami macht das gut Das ist ziemlich schwierig. Schlechter Pass. Tarabt. Versucht aber auch immer Gerrard zu suchen. Montelevo. Tarabt. Tarabt. Tor. Der Neuzugang von Grinsbury Rangers aus der Premier League. Hier fliegen sie natürlich in der Luft. Das ist logisch. Das macht man so. Muss dann direkt gegen Liverpool ran. Gegen einen Ex-Gegner aus der Premier League. Tarabt. Sucht er wieder Montelevo. Der soll das ein bisschen gestalten, das Spiel. Tarabt macht das gut. Tarabt. Boah. Die Flanke wird sogar gefährlich. Habe ich jetzt Balotelli gesucht in der Mitte. Oder stand er ja leider nicht. El-Charabi. Kaka. El-Charabi. Schöner Pass. Schöner Pass. Nichts hält ihn mehr auf. Schießt. Boah. Mignolate. Sehr gute Parade. Ronda jetzt mit der Ecke. Die kommt gut. Ach. Knapp, knapp, knapp. Girard auf Storage. Da muss ich aufpassen. Girard jetzt. Spielt da wieder oben auf Storage. 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 Girard kommt da nicht. Guter Pass. Montelevo. Tarab. Balotelli stellt sich erst mal hinter den Abwehrspieler. So macht man das nämlich. Uh. Schlechter Pass. Honda kommt da nicht dran. Uh. Da ist Kaka falsch gelaufen. Konstant. Kevin. Nein. Oh. Sterling mit dem Kopf. 59. Minute. 2 zu 2. Nein. Abwehr lasse ich ziemlich viel zu. Muss ich schon sagen. El-Charabi. Honda. El-Charabi. El-Charabi. Tor. Da ist er. Der Langzeitverletzte. Bei mir. In der Startelf. Mit dem 3 zu 2. Schöner Pass von Honda. Da rückt Aga, glaube ich, raus. Ne. Skrittel rückt da raus. Und keine Chance. Für Mignolet. Jetzt kommt mal Montelevo raus. Gegen Poli. Und. Ja. Balotelli gegen Pazzini. Balotelli ist nicht so meins. Und Kaka geht raus. Sehr unauffällig. Ja. Dann haben wir unsere 3. Auswechslung. Auf der gegnerischen Seite wird nicht gewechselt. Ah. Bin mal gespannt. Ob der da jetzt noch dran kommt. Aber so wie er spielt, müsste der eigentlich noch den Ausgleich schießen. Mich wundern, wer das nicht schaffen würde. Tarabt. 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 Sterling. Oh. Schöner Pass. Nein. Den kriegt Storage mit Sicherheit nicht. Hat ja gar keine Chance, irgendwie dran zu kommen. Aviati jetzt sicher nach vorne. Der ist gut. Honda. Nein. Suarez. Honda. Poli. Tarabt. Freistoß. Ganz klar geschoben. Und Honda mit dem Freistoß. Boah. Lange Ecke hat er gesucht. Ob der Mignolay nochmal dran gekommen wäre. Ich weiß er nicht. Ah. Aga. Coutinho. Girard. Suarez. Jetzt spielt er wieder unten. Das einzige, wo der noch Chancen hätte, ist, wenn er ein bisschen... auf Tempo spielt. Das hat nämlich meine Innenverteidigung nicht wirklich. Kevin Constant. Kommt da nicht ran. Rami. Was seid ihr her? Storage. SCN. Gut. 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 Ach. Schön geblockt von Maxis. Aber Johnson war gar nicht Henderson. Und Rami jetzt. Jetzt aber Henderson. Und der ist gut. Oh, Aga. Hält dann den Kopf dazwischen. Vor Rami noch. Sollte ich so langsam mal... das 4 zu 2 machen. Macht er echt noch ein Ding. Das wäre nicht so... prickelnd. Die Soko. Ja, da gibt's... den Abpfiff. In dem... Foul. Kevin Constant. Elcharabi. Elcharabi. Ach. Das Krittel. Starke Kritsche. Kevin Constant. Honda. Macht sicher. Sami. Bulli. SCN. Nein. Bulli nach oben. Auf Elcharabi. Flanke. Die ist nicht gut. Die ist zu meinem Torwart. Tarabts. Wollte da klären. Köpft aber auch zum Gegner. Macht das nicht gut. Abate kommt da nicht dran. Einwurf. Liverpool. Soll ihn jetzt. Aber jetzt kommt Abate dran. Oh, Pazzini. Da ist er durch. Pazzini. Oh. Gut unter Druck gesetzt worden. Von Aga. Da kommt er nicht richtig zum Abschluss. Esien Suarez. Stark. Bulli macht ein gutes Spiel. Gefällt mir. Aufgelegt. Tarabts. Pfosten. Starker Schuss. Aber leider nur an Pfosten. Guck was geben können. Jetzt. Das Krittel. Beschätzt sich da. Boah. Esien mit einer schlechten Flanke. Da muss jetzt. Abat. Abiat hier raus. Schön. Tarab. Tarab. Ah. Nein. Boah. Das Deutsch steht im Abseits. Zum Glück. Wo haben wir den jetzt hier unten? Komm mal da oben. Ah. Schliche Pass. Scheiße. Suarez. Kommt da nicht durch. Sterling. Mit dem Pass. Kommt da auch nicht durch. Aber er hat hier jetzt aber einen Ball. Das war nicht weg. Zack. Tarabts. Ah. Ich hätte ihn besser kontrollieren können. Bin schwer gefreut. Aber, aber. Sie wollten mich so nicht. Succo. Suarez. Warte. Tarabt. Honda. Tarabt. Poli. Starker Pass auf Pazzini. Pazzini. Auf Tarabt. Ah. Da wird direkt auf sein eigenes Tor geschossen. Poli. Flanke. Ah. El Charavi kommt ganz rein. Johnson. Starke Abwehr. Zenderson. Nochmal eine Chance. Die klärt. Abate. Jetzt nochmal. Constant. Army. Pazzini. Der kommt da nicht dran. Mignolet. Wow. Patz da. Pazzini steht da beim Abseits. Wird auch glaube ich nicht mal reingekommen. Und vorbei. 3 zu 2 gewonnen. Das ist doch mal ein Einstand in die neue Saison. Wow. Liga 3 mit dem Sieg gestartet. So will ich das sehen. Ich würde sagen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bei FIFA 14. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.